Herzlich Willkommen zu Woche 7 und diese Woche geht es um das Thema Stress. Stress ist etwas sehr Natürliches. Stress ist etwas, was in unserem Körper dafür sorgt, dass wir ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen. Stress ist etwas, was dafür sorgt, dass wir in Aktivität kommen, dass wir aufmerksamer werden, dass wir fokussierter werden. Ein Übermaß an Stress sorgt dafür, dass wir ängstlich werden oder aggressiv, sorgt dafür, dass unser Geist nicht so optimal funktioniert. Und das Hauptproblem, das wir in unserer modernen Welt haben, ist, dass wir gar nicht akuten Stress so sehr haben, sondern entweder so viel akuten Stress hintereinander, dass das irgendwann wie chronisch ist. Oder, was viel schlimmer ist, wenn wir tatsächlich unter chronischem Stress leiden, das heißt unter Stress, der die ganze Zeit irgendwo präsent ist im System. Und biologisch war es so, in der Steinzeit, dass wir immer wieder am Tag Stresssituationen hatten und die irgendwie bewältigt haben und dann war es auch wieder gut. Und die Stresshormone, das ist ein wichtiger Faktor, werden produziert, wenn wir irgendetwas wahrnehmen oder wenn wir etwas denken oder wenn wir etwas fühlen oder wenn wir etwas in die Zukunft projizieren, irgendwas Schlimmes oder sowas, dann werden diese Hormone ausgeschüttet. Und in der Steinzeit war es so, dass wir durch Bewegung diese Hormone abgebaut haben. In der Steinzeit war der Stressort zum Beispiel der Säbelzahntiger. Wenn der hinter mir herrennt und ich laufe weg, dann werden die Stresshormone, die durch den Anblick des Säbelzahntigers ausgeschüttet wurden, abgebaut durch meine Bewegung. Durch Kämpfen, durch Fliehen, durch Totstellen, auch das ist anstrengend, einfach alle Muskeln anspannen, sorge ich dafür, dass die Hormone, das hat die Natur sehr schön eingerichtet, die durch den Stressor ausgelöst worden sind, gleich wieder abgebaut werden. Das haben wir nicht mehr. Wenn ich in eine Stresssituation gerate, durch ein Telefonat, durch eine WhatsApp-Nachricht, durch den Anblick einer Person, einer Situation oder sonst irgendwas, wir bewegen uns ja gar nicht, sondern wir bleiben in der Situation und halten sie aus. Unser Körper würde sich gerne bewegen, würde das gerne ausagieren, wir lassen es nicht zu. Gerade auch bei Kindern, eine Katastrophe, dass sie sich nicht so viel bewegen dürfen und im Sitzen lernen müssen, was überhaupt nicht geht. Aber in dem Moment, wo wir so wenig Bewegung haben und dann vielleicht auch noch tatsächlich unter Dauerstress stehen, chronifiziert der Stress. Und wenn das passiert, dann passieren ganz viele Dinge in unserem Körper, die nicht gut sind. Und Dauerstress muss reduziert werden. Und eine der einfachsten Methoden, Dauerstress zu regulieren, ist, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen Bewegung reinzubringen, weil, habe ich ja eigentlich schon gesagt, durch die Bewegung die Stresshormone abgebaut werden. Das ist auch ein sanftes Antidepressivum. Bei einer leichten, milden Depression wird oft empfohlen, erstmal Ausdauertraining zu machen, um einfach die physiologische Grundlage dafür zu schaffen, dass es dir besser geht, dass du dich wohler fühlst, dass du wieder klarer denken kannst und das Problem, das der Depression zugrunde liegt, angehen und auflösen kannst. Man muss einfach verstehen, dass es so ist mit dem chronischen Stress und dann musst du für dich persönlich Wege finden, wie du das Ganze angehen kannst. Es gibt hunderte von Möglichkeiten. Eine ganz wesentliche ist Meditation, dass du dir jeden Tag ein, zwei, drei, fünf Minuten nimmst, einfach mal nichts zu tun, nichts zu denken, gar nichts und nur zu beobachten. Einfach mal das sich auch auszuhalten mit den Emotionen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen, mit dem Unwohlsein vielleicht im Körper. Je öfter du das trainierst, das auszuhalten und einfach nur da drin zu sein, im Moment zu sein, desto leichter wird es zu handeln und dein System kann quasi den Stress, den es hat, weil es Stress hat, reduzieren und dann bleibt dir nur noch der Reale, der eine Ursache hat und den kannst du wiederum dann besser angehen. Im Grunde geht es um Awareness, es geht um eine höhere Achtsamkeit, Wahrnehmung, Bewusstheit, bewusst werden. Nimm dir mal eine Skala von 1 bis 10. 1 ist niedrig, 10 ist maximal. Und überleg mal jetzt aus dem Bauch heraus, wie hoch ist dein Stresslevel im Moment? Wie hoch ist der Stresslevel in deinem Leben? Und überleg dir mal, was die Stressoren sind, was sind die Dinge, die diesen Stress auslösen? Und dann überleg mal in der Gemeinschaft mit anderen, mit einem Coach, mit einem Psychotherapeuten, mit einem Freund, mit dem Partner, wie auch immer, mit welchen Maßnahmen du diesen Stress angehen könntest, um ihn zu reduzieren oder zu regulieren. Eine Möglichkeit ist, auch mal ein Tagebuch zu führen, ein Journal und da alle Stressmomente aufzuschreiben, die du über den Tag hast. Alle kleinen Momente, die es so gibt. Du bist im Straßenverkehr morgens und hängst wieder im Stau. Kleiner Stressstoß, aufschreiben. Es schneidet dich jemand im Straßenverkehr. Kleiner Stressstoß, schreib das mal auf. Du bist vertieft in einer Aufgabe, plötzlich klingelt das Telefon. Kleiner Stressor, schreib ihn auf. Zähl mal, wie viele kleine Stressoren über den Tag dich treffen. Du wirst verwundert sein, was da echt passiert. Und in dem Moment, wo du dir dessen bewusst wirst, kannst du das auch angehen. Finde Lösungen, die zu dir passen. Mal dir auch Worst-Case-Szenarios aus und überleg dir, wie du mit denen umgehen würdest. Das relativiert den normalen Kontext und hilft dir, nochmal kreativer zu werden. Übernimm Kontrolle über deine Emotionen. Das ist tatsächlich möglich. Wir sind nicht ferngesteuert von unseren Emotionen, sondern wir können lernen, mit unseren Emotionen umzugehen. Und da lade ich dich auch ein. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir werden dir Tipps geben dazu. Also Buchtipps, Seminartipps und so weiter. Finde etwas, was zu dir passt. Finde etwas, wie du dich regulieren kannst. Aber wisse einfach, du hast die Kontrolle über deine Emotionen. Auch wenn es sich oft anders anfühlt. Aber du kannst die Kontrolle übernehmen und behalten. Und das ist auch ein ganz spannendes Ziel. Und das ist so ein Nebeneffekt von dem, was wir uns wünschen für dich in Zen Project. Ey, das geht eben nicht nur ums Gewicht und es geht nicht um Abnehmen, sondern es geht darum, dass es dir gut geht und dass du dein volles Potenzial entfalten kannst. Erinnere dich an das, was wir am Anfang gesprochen haben. Progress over Perfection. Und 1% Mindset. Progress over Perfection. Also, statt Perfektion suche, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, wenn es nur einmal durchatmen ist. Oder einmal mit der Faust auf den Tisch hauen, die Energie entladen und dann weiter geht's. Also, finde für dich die wichtigen Dinge und jeden Tag 1% bringt dir 365% oder mehr, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall viel Erfolg. Nächste Woche bereiten wir uns auf das Ende von Zen Project 8 vor. Und ich bin gespannt, wo du dann stehen wirst. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.